Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Bekenntnis des Jägers anzunehmen bei Abbild von Mimiron in die Sturmgipfel. An dieser Position, bin hier in einem Gebäude, Eingang dazu sieht man gleich, ist die Folgequest von Telemetry aktiv. Wenn man die Quest annimmt, bekommt man auch ein Questitem mit, das auch an der Quest mit angeheftet ist. Sollte es bei euch nicht so sein, schaut ins Inventar, könnt es von da aus benutzen oder wenn die Leisten ziehen und von dort benutzen. Man darf sich nun zum Tempel der Stürme begeben. Das ist hier und hier sieht man den Eingang zu diesem Gebäude, wo die Quest anzunehmen ist. Ich werde nun hierhin fliegen und mich melden, sobald ich dort bin. Da bin ich auch schon beim Tempel der Stürme. Ihr könnt einfach gerade fluchen, die Rücklinie fliegen, also Quad Richtung nach oben, da ihr ganz hoch fliegen müsst. Also ich bin ganz oben bei diesem Tempel. Ich gebe nochmal die Map. Also hier wisst ihr, nicht zu übersehen. Nun darf man mit Griff Wildherz quatschen. Der steht hier gleich mit seinem Bär Theodor. Dann die Sprechblase anklicken. Nun heißt es, hat die Essenz absorbiert. Muss man ihn bekämpfen? Ich klicke einfach mal das Quest Item und es sind keine gültigen Ziele. Okay, anscheinend muss man ihn zuerst bekämpfen. Das Bett habe ich nicht aktiv. Jetzt aber... dann macht gut Schaden. Und diese Blitz Linien sind auch nicht ohne. Mein Bett verliert aber kein Leben, wie es aussieht. Oh, Heilung hat cooldown. Das ist nicht gut. Ja, wie soll man das schaffen? Okay, die Welle gegen woanders sind. Aha, ich habe... Dings, bumm, Schildkröte. Ich mache mal Schildkröte. Und danach mache ich Totstellen. Ja, jetzt hat mich wieder seine Random Kugel getroffen. Funken der Titanen heißt es. Das ist halt nur das Bett, glaube ich. Okay. Ja, ich habe nicht so viel Erfahrung in Sachen Jäger. Schon wieder Funkern. Ah, ich glaube, die kann man unterbrechen. Ich... Okay, jetzt habe ich Aqua, aber egal. Jetzt kann ich mich auch heilen. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, ob man die unterbrechen kann. Hinauslaufen. Kann man unterbrechen. Ja, hätte ich das von Anfang an gewusst. So, nun hat die angeklickt lassen und... oder geht es auch ohne angeklickt? Was soll ich denn benutzen? Ja, man muss halt die nicht anklicken, aber an sich wäre das auch egal gewesen. So. Trefft euch mit Thorin. Ja, der ist ja schon da. Okay, was nun? Ich bin Thorin, der Herr des Donners. Ja, gut. Okay, anscheinend muss man ganz nah zu ihm laufen. Dann ist die Quest bereit zur Abgabe. Entweder nah zu ihm laufen oder ein bisschen abwarten. Ich weiß jetzt nicht, was davon stimmt. Ich bin auf jeden Fall zu ihm gelaufen und dann... alles okay. Quest ist abzugeben, da er griff Wildherz in die Sturmgipfel. An dieser Position, also auf dem Tempel der Stürme. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao.